So, können wir jetzt eine Antwort machen? Könnt man so ein mittels Dingern zeigen, das wär richtig wild. Warte, wir müssen uns so nebeneinander stellen, so beide Gold Plus, Digga. Schiech! 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 One takes. Hm? Warum so abgehoben? Hallo? Ok, quench in 3, 2, 1. Einen flauschen guten Tag, wenn ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft DTT auf dem Minecraft-Funknetz-Server. Mit dabei hab ich irgendeinen Gold Plus, den ich irgendwo auf der Straße aufgelesen hab. Und einen Italiener, von dem ich nicht weiß, woher er kommt. Yeah! Moin! Moin! Ja, wir machen einfach keine Antwort, wird einfach rausgecuttet. Gameplay wird auch rausgecuttet. Ich war einfach Outro und fertig. So Outro ist auch diese Musik, wie du euch nächstes Mal. Ich mach dann die Montemusik als Outro und fertig. Steve Skin in irgendeiner Flachlandwelt Montemusik und dein Videos und Abo-Kanal im Moment fertig. Dadi Dadi! Dadi Dadi! Dadi Dadi! Das neue Map. Wow! Was für neue Designs! Moment, ich komm gleich wieder. Selbst die neue Map sind inzwischen halt. Oh nein, hier ist noch ein Youtuber. Oh, cringe. nicht. Gold Plus ist besser. YouTuber hat kein Plus vor seinem Namen. Genau. Plus hebt die Stimmung. Ah. Gold Minus. Nein, er macht den Snitch-Trick. Oh nein. Ach, schon wieder Trade. Ähm. Digga, piss dich mal. Ja. Dicker. Young and hungry, dicker. Ey, wo ist Chester? Chester? Digga, warum testest du dich als in die Tänkte? Okay. Bin ich am Tester vorbeigelaufen? Ja, wo ist denn der Tester? Ich hab die Map schon gefühlt 10 Mal gespielt. Ich weiß immer noch nicht, wo der Tester ist. Er hackt, er hackt, er hackt. Er hackt, er hackt. Ach, da hinten ist er. Hä? Ich dachte, er wäre im Häuschen. Er hat Liquid Bounce. Er hackt, er wird jetzt gekillt. Er hackt, er hackt. Danke viel, ich hab dir einen Pfeil nebendran geschossen. Oha, ganz schön, ganz schön frech von dem hier. Denkst du so, Teddy, wer ist es? Ey, das ist Mobbing. Das gibt ne Anzeige. Körperverletzung, Schwerkörperverletzung, Versuchter Mord, Mord, Verleumdung. Versuchter Mord, Mord. Das war Versuchter Mord und dann war's Mord. Versuchter Mord, Mord. Aber wer reportet das denn? Das gibt mir Schmerzesgeld. Ich hab's aufgenommen, ich schick das ins Forum ein. Leichte Körperverletzung, starke Körperverletzung. Mit welchem Client spielt ihr? Ähm... Fortnite-Client. Na, Bounce, kannst du mal für mich schreiben. Ähm... Spaß, hab Kass... Ähm... FN... Client. Gron... Wer kennt's nicht den Kasten Fortnite-Clant? Hab ich selber gemacht. Kommt immer noch besser, weil man ihn falsch schreibt. Ja. Wenn man gewinnt, kommt immer die Epic. Ich krieg ein bisschen Musik. Winner, winner, Chicken Dinner. Hm, und ähm... Während den Runden... Da kann man bauen. Mit extra Feed bauen. Ich bin Detective. Cool, ich nicht. Z-Fort Titanis. Warte. Random Hit an eine Person. Random Hit an eine Person. Fuck, hab verkockt. Gebt mal in den Tester. Wallah. Geh mal... Ey, nee, 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 nee. Ich glaub hier, der hackt manchmal. Da hockt. Und tot. Ah! Körperverletzung. Ach. Ah, ich hab's geschafft. Ich bin gut. Geh ein! Ach, mich. Lüner, es heißt. Oh. Felix ist. Minus 10 Karma. Spaß. Ey, Digga, aber dieses... Dieses... Diese Leiter. Guck mal, wie die behindert die ist. Digga, der Jump'n'Run-Profi. Digga. Digga. Digga, geh mal Tester. Ist da oben noch die Inner Chest? Du gehst jetzt Tester. Ich will die Ender Chest. Danach kann ich von mir aus gerne Tester gehen. Du bist... Ja, ich wusste, dass... Ja, ihr killt mich. Scheißegal. Ich mach mir was zu essen. Ihr schafft das auch ohne mich. Mh, wir machen jetzt Videos ohne Felix. Haha. Haha. Die machen mehr Klicks, Lola. Die machen mehr Klicks. Hier, jeder, der liked, kriegt ein Muffin. Hier, ich hab wirklich ein... Bin ein, äh... Ehrenloser YouTuber mit allen möglichen Tricks. Bist du genickt? Nein. Nein. Ich nick mich nur, wenn mich Leute abfacken. Sonst bin ich... Das ist sonst so anstrengend zum Nicken. Da muss ich meinen Finger bewegen. Ähm... Wenn irgendjemand mich mal targetet, weil er meint, er wär cool. Aber machst du auch Streams auf YouTube? Äh... Nein. Weil mein Internet meint, es hasst mich. Er hat gecheatet. Was ist das für cheating? Aha, Hacker. Scheißhacker. Oh, wir sind zu viert. Macht ja richtig, äh... Sinn. Boah, einer ist, äh... Einer ist Detective. Einer ist Traitor. Und... Oh, fuck. Ich hab meinen fucking Bogen. Nein, mein Bogen. Ich will den Bogen. Gib den Bogen. Ich will genau diesen. Willst du den hier? Ja, ich will den. Dann musst du aber... Dann musst du aber. Weißt du was machen? Oh, fuck. Aha. 1, 2, 3 an mir. Kommst du nicht vorbei. Hey, wie hat der nicht getroffen? Ah, ich mach euch alle Kalle. Hey. So, nehm ich das mit. Und dann... Gebt Hackfleisch. Aus der Reispanne. Nein. Haha. Hast du es wirklich geschrieben? Was? Hahaha. Warte. Haha. Haha. So, ich hab 8 Minuten aufgenommen. Werbung ist drin. Und ciao. Und ciao, Leute. Das war's jetzt. Und ciao, Kakao. Bis denn, Antenne. Ey. YouTuber. Comedy-Preise. Mach. Ey, YouTuber. Mach Aufnahmen. Mach Shisha auf. Mach einfach Shisha auf, Digga. Einfach ein YouTuber. Ich brüte jetzt die Ender-Chest aus. Boah. Ey, YouTuber. Mach. Spielst du. Fortnite. Fortnite. Weil wir zusammen Fortnite spielen. Eins gegen eins. Können. Können. Wir. For. Fortnite. Kann ich. Bitte. Fortnite. Nein. Nein. Nein, ich wollte auch noch mal zuschlagen. Nein, ich hab die Landschaft wird herunterladen, Bug. Oh, when you say I don't wear their faces. Komm doch in die Runde. Ich spiele Leute. Hüte. Ohne dich ist langweilig. Ja, ich muss ein Spiel nur starten. Denn ich hasse mein Leben. Ich nehm dich mit. Es ist egal. Soll ich dir mal meinen Kasten Fortnite Client schicken? Aha. Was kann der? Äh, mit dem. Äh, also jeder der den benutzt, hat ein Kasten Fortnite Icon. Ähm. Immer wenn du den benutzt, steht, haha du Opfer Fortnite Spieler. Ist das ein Minecraft Client, der Fortnite Client? Ja. Äh, dann jedes Blog, also jeder Blog wird durch diese, äh, Wand Textur ersetzt. Ähm. Wenn du PvP machst, kriegst du eine Scar. Ähm. Und. Äh, wenn du gewinnst, ne Runde oder ein Beta baust, da kommt der, äh, Epic Win Sound von Fortnite. Das klingt nach einem sehr guten Client, den will ich ausprobieren. Der Client ist einfach wild. Ja, dann gibt's statt, statt Mind Points einfach V-Bucks. Ja. Ja. Äh. Äh, dieser Punkt. Subscribe to the channel to get the chance to a mount of V-Bucks. Mhm. Es steht auch, sobald du mal Kill machst, steht, oh yeah, 3 V-Bucks. Neuer Fortnite Skin, erst mal Symex Skin kaufen. Geil. Du kriegst doch immer eine Belachrichtigung, äh, wenn, 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 neuer Fortnite Spint ist und wenn neue, wenn neue Fortnite Spint ist. Nix gut. Nein. 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 Außer im Gun Game. Ha, ja. Hä? Was war das denn? Siehste, dann eh nochmal im Cut. War ja grad richtig komisch. Ah. Ja. Ich bin Traitor in Troubletown. Oh, 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 oh. Ha, ich hab den ersten weggeschnitzelt. Ja, ich hab den zweiten weggeschnitzelt. Jetzt wollen, muss nur noch den letzten panieren. Oh nein, da ist er. Hat er es überhaupt gecheckt? Ist das so grün? Ist der irgendwie... Hä? Der weiß nicht mal, dass ich bin. Ich bin der Einzige, der noch lebt. Aha. Brennen. Brennen. Warum sagt man eigentlich Einzigste? Hey, der haut mich mit der Hand. Weil wenn man der Einzige ist... Jetzt haut er mich mit dem Stock. Ja, ich hab ihn mit der Hand einfach von der Klippe gestoßen. Das ist hochqualitatives Gameplay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung. Da vergesst nicht den Muffin, den ihr dann auf jeden Fall nicht bekommt. Abonnieren, Glock aktivieren. Ja, äh... Ciao. Ich mag Züge. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020